Herzlich Willkommen zurück zu Trouble in Random Town. Mit dabei Julia Trin, heute im KUK-LP, Grants Dumpard Kapuzenwurm. Aber was denn nicht? Hast du nur aufgezählt und in der Hauptrolle Grants, ey. Wer hat nicht immer den Schlaf gemacht? Noch nicht. Hallo, wer hat nicht immer den Schlaf gemacht? Der Random Wolf, ey. Vita, hab ich dich töten, random? Ja, du gehst wangern, mach doch eh jeder. Einmal darfst du ihn machen, dann wärst du die nächste Woche von Vita gerandom kill. Boah, was ist das für ne geile Map? Ja, wir haben noch nie ein Flugzeug. Du bist so riesig. Ja, du bist so ein großes Flugzeug. 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 Was ist das für ein riesen Flugzeug? Da gibt's ne Melone. Zack. Oh, leck, leck, leck. Zack, die Bohne. Zack, die Bohne. Die hast du Melone. Julia ist das. Julia. Ich bin Detective King. Das ist der Witz daran, ja. All eyes on me. Zack, die Bohne. Hier. Julia, schau Melone. Ja, super. Schöne Melone. Was gibt's zwei davon? Was war das für ne Nate, ey? Das war der Special Nate, das ist die Random Nate, der ich jetzt bekommen. Der ist schon tot, Katzegröße. Da rät grad ne Katze. Great. Hallo. Hallo. Miau. Miau. Kann man da raus? Kann man da raus? Ja. Es ist kaputt. Nicht schießen. Julia. Ist es kaputt, oder was? Julia. Julia. Was, was, echt? Das sind Selbstschussanlagen. Julia. Julia. Was? Aber doch nur auf der Innenseite, oder nicht? Der ist ja auf der Innenseite. Oh, ich häng fest. Komm mal mit dem Fahrstuhl hoch. Ich kann hier laufen. Einfach töten. Einfach drauf. Ich komm auch nimmer weg. Ich steck hier fest. Mach mal mit Stang in die Hand. Also, ich schieß jetzt einfach dich ab und dann komm ich hier weg. Dennoch. Stange in die Hand. Mach rechts, klick. Das reicht mir schon. Nein. Nein. Dann in die Hand. Nein, du schießst du. Wer hat geschossen? Ich bin die Tür! Was? Er ist die Tür hat er gesagt. Dalu ist die Tür. Ich komm doch nicht hoch. Das geht nicht. Ich muss unten durch. Hier. Kapuze. Ich hab nichts gemacht. Das ist Imbiss-Deutsch. Was ist Dalu? Die Tür war auf einmal da. Was denn? Ah! Peter, ich lauf dir noch nahe. Hey! Ich lauf dir noch nahe. Ich kenn die Web nicht mal. Ey, nicht an der roten Tür entlang. Kapuze. Wo ist die roten Tür? Du Selbstmörder. Oh, du schießt weg. Wer hat er geschossen? Oh, ich geh weg. Wenn du an der roten Tür entlang gehst, dann kannst du dich auch kapuze. Ach, Dalu lebt noch. Nein, Dalu ist die Tür. Kapuze auch. Dalu ist die Tür. Das kann nicht sein. Ach, ich hab die ganze Zeit gezielt und ich wundere mich so langsam vor mich. Grenze ist es nicht. Ich hab nur noch 37,69. Kann man durchschießen, aber der lebt noch wahrscheinlich. Ach, Wadum, da schießt du alle. Oh nein. Nur noch Kapuze, Julia. Julia, wo bist du? Weg. Kannst du mich heilen? Nein. Warum nicht? Weil ich niemand jemand heilen würde. Ja, aber dann verlierst du die Runde. Kapuze ist ein richtiger Skiller in dem Spiel. Kapuze. Ja. Ich bin der Pro. Mhm. woa. 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 Lass Kapuze, die ist tot. Oh, sehr gut, Mann. Hey, wer schießt mir in den Rücken? Von wo? Von wo? Von uns wahrscheinlich. Ich bin unsichtbar. Ja. Ja, ja, ich weiß, ich bin... Hat nur noch so wenig, ey. Hat nur noch so wenig, ey. Das ist... Das ist... Das war... Julia wollte mich ja nicht heilen. Oh, ich hab... Ja, du weißt ja nicht, wo du warst. Ich schaffte ihn zu beleben, Daniel. Ja, ich... Ich fand's auch diesmal echt gut. Ich dachte, nein, der macht sich ja weh. Ich war schon so stolz. Daniel, ich war so stolz. Daniel, ich war so stolz. Daniel, ich war so stolz. Ich hab auch den Mittelfinger in die Kamera gezeigt. Stau auf der B8. Das ist gut, das ist gut. Mir? Nein, nicht dir. Horje. Siegel, Headshot durchs Fenster, durchs Glas. Was? War schön. Alter! Ich muss schnell an der Tür vorbei. Was treibt ihr hier? Ich hab doch nicht snipet. Ich bin Detective. Excuse me, Grant. Ich auch mal. Diese Grants, lass dich durchsuchen. Grant ist Detective Traitor. Jetzt drückt. Grant is the Thunder. Aaaaah! Ich komm mal nicht raus. Ey, lass doch mal raus die Tür hin. Julia, Julia, die weg. Waffe weg. Waffe weg. Ich bin doch eh so brav. Das ist ein Floor. Julia, schau mal. Keine mehr, ey. Doch, eine muss noch sein. Horje, sag dir. Die muss doch in irgendeinem Platz liegen. Echt? Ach, ist das diese... Au! Du hast sie nicht, aber ich hab sie. Wow! Ich hab sie! Ich hab Scham, wo kommt das Feuer. Ich hab sie. See you later, Detective Traitor. Dalu ist es nicht. Weil er auf mich geschossen hat. Dann ist gut. Dann muss es ja Dalu sein. Nein, oder du, oder Horje. Vertrau nur Julia. Dalu ist es. Nein, wenn du auf mich schießt, schießt zurück. Wenn Dalu mir vertraut, dann kann er nur Traitor sein. Warum soll ich schießt? Hä? Dann ist es Horje. Julia, hast du ihn erschossen? Ich glaub schon. Hast du ihn erschossen? Ich hab irgendwen erschossen, ich weiß nicht. Was war jetzt? Ja, Julia hat Vita erschossen. Vor allem, ich hatte grad voll Defi in der Hand. Dalu kommt da rein und er sieht's nicht. Ja, den Defi siehst du doch auch nicht. Weil du hältst ihn ja im Körper, weil da wo die Pistole ist. Ja, aber wieso hast du mich jetzt erschossen? Ja, weil du mich hinrichten wolltest. Du hast ja gesagt, dann kannst ja nur Dalu sein. Und wenn du das sagst, dann kannst ja nur du es sein. Das gibt Rache. Ich konnte auch nicht helfen, weil er war für zu schnell zu. Moment, erstmal hab ich mich für den ganzen Abend noch nicht mal ansatzweise genug gerecht. Was hab ich denn getan? Wer hat, als ich erschieß Dardosch den Traitor und du riechtest mich hin? Ja, wo ist das? Du hast den Reckner fallen. Das bist du gar nichts, ey. Die Mikrowelle wird dich treffen. Ja, Vita ist ein bisschen sauer. Ich zeig dir, was dich treffen will. Geht sie hier weg. Ducken, ducken, Vita. Er wird dir die Mikrowelle werfen. Oh, ich hab irgendwo's kein... Gibt's eine Mikrowelle? Da schießt er. Er hat die Mikrowelle erschossen. Gibt's? Wer hat da... Rends verdammte Mikrowelle. Juja ist es. Nein, Vita. Oh, schluss ab. Ey, okay, schieß auf mich. Oh, unabsichtlich. W-w-w-w-was war das unabsichtlich? Wirklich? Grends ist ein Arsch. Grends ist alles hier unabsichtlich, ey. Grends ist... Scheiße. Grends ist direkt abschossen. Er wollte dich killen. Er wollte dich killen. Du darfst machen, was du willst, Vita. Mach was, ey. Nein, Vita, bitte nicht. Ich hab nichts gemacht, Vita. Nein! Confirm ihn. Random! Ist nicht gut für dich, mein Freund. Ja, das brauch ich jetzt, ey. Scheiß drauf. Oh, Gnado, okay. Okay, okay, okay. Kapuzi, du hast ihn umgebracht! Ich hab gar nicht... Du hast Horsti erschossen! Julia und Kapuzi sind's. Ich bin's gar nicht. Darf ich ihn töten? Wenn du willst. Confirm. Hey! Warum? Ich hab nichts gemacht. Ja, das war nur ein Moral-Shake. Ja, die Moral-Shake. Ich hab auf Grends geschossen. Er hat mich angeschossen. Er hat mich angeschossen. Ja, kannst du mir was geben, wo ich mich heilen kann? Okay, Vita ist es. Vita ist es. Kannst du mir was geben, wo ich mich heilen kann? Komm mal, warte. Bist du Inno oder Traitor? Ja, ich bin Inno. Traitor. Warum? Ich hab nicht mal... Oh shit, das ist eine Granate. Hallo? Ja, lebst du auch noch? Ja, lebst du auch noch? Ja, ich leb noch. Warum schießt du auf mich, Grends? Weil er Traitor ist. Weil wir die letzten Überlebenden sind. Das ist so peinend. Warum hast du... Nein, ehrlich jetzt, du kannst hier nicht wissen. Doch, natürlich. Weil Dalu ist doch Detective. Doch, natürlich. Jetzt kannst du's wissen. Aber davor? Natürlich doch davor, auch weil alle anderen tot waren. Eben. Deswegen passiert das ihr beiden schon. Alle anderen waren tot. Die Kapuze. Ich hab echt abgerutscht. Das hast du zu einem. Deswegen. Ihr macht es immer so random. Das ist blöd. Ihr macht es immer so random. Geht's weg! Geht's weg! Geht's weg! Ich geh jetzt in mein Gemach. Meine Grutze Fünffall! Was? Jetzt stell' ich mir die Lehne zurecht. Meine Grutze Fünffall! Was? Grutze Fünffall! Jetzt stell' ich mir die Lehne zurecht. Hey, du kannst die Lehne zurecht rücken, wie alles passt denn? Schau! Ich hab' die Lehne zurecht und jetzt schlaf' ich hier. Und jetzt gehst's mir alle in Ruhe. Du kannst die Lehne verschieben! Das ist mir hier meine Ruhe, bitte. Mei, was ist denn das für Depperde-Map? Depperde-Map! Ja, Depperde-Map! Ja, Depperde-Map! Wenn du leider das scheiße wohnungen hast! Depperdinger grützli! Wer war das hinrichten hier, Grutze? Hinrichten, ey! Depperdinger grützli! Grutze, bleib wo du bist! Ich schieß auf die Melone! Depperding grützli! Ich bin hinter dir übrigens! Kapuze wollt grad' auf Julia schießen! So ein Blödsinn! Du, ich zeig mir deine Diegel! Hallo Julia! Okay, erst mal Glück gehabt! Hallo, okay, hau ab! Ich such' grad'n Diegel! Ich bring' mich alle nur wieder um! Willst' du Boom machen? Ich will überhaupt nicht Boom machen! Was? Weiß nicht! Ich hab' keinen Schaden gemacht! Julia! Julia, nicht mich halten! Julia, geh weg! Hä? Wo ist die hin? Ich bin doch gar nicht bei dir! Wo ist Julia hin? Da ist Julia! Julia ist verloren! Ach doch, du! Was? Was? Alle außer jetzt ich oder noch jemand? Ja, ja, außer du! Ich spinne auch! Ich frag' diesmal nichts sonst ich werde erschossen! Gott! Haut doch mal alle ab hier! Okay! Mein, die Scheiß, der Drecks Mülleimer pack' das Ding weg! Ich schieß! Ich schieß! Ich schieß! Julia? Du hast dich erschossen! Check in! Julia! 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 Ja! Warum auch immer! Das war's auch! Kapuze ist der andere! Warum soll ich hier wieder sein? Weiß ich nicht! Kapuze oder Vita? Kapuze hat doch die AK! Kapuze ist es! Kapuze hinter dir! Ist weggelaufen! Nein! Auch von beiden Seiten! Ich hab' doch keine Chance auf diesen Scheiß! Der schießt dir in den Rücken und du fragst immer noch wer es ist! Das ware Reflex! Ich hab doch keine Chhance auf dieser kleinen Map! Hab' ich auch nicht! Das ist cool! Ich hab' so einen schönen Headshot verpasst in der Delicious! Ja! Das hat mir so gefallen ich fand das so toll, ich darf mirs drücken, ab drücken, ab drücken! Du darfst Dalot nicht töten werden, du nimm das persönlich in die Kette jede Runde ins Einfachz erstes. Das einzige was ich mir dachte, wenn ich das mach ist plutôt, sieht's sowieso jeder! Ach scheiß da Hund drauf ist es Dalot, es muss sein! Wenn Dalot hallo ist dann am besten, ja, hast'r recht – Aber da fühl' man sich schon besser wenn man dalot hat oder so be civic – Ja! Da fühl' ich nicht immer so geiles Gefühl. – Da fühl' man sich echt gut. Wie ein Model! Ich hab ja auch ne Dalot-Schlagsack-Meister! Macht doch die Dreckstür auf. Danke. Julia, wo wissen du? Julia ist hier noch ganz am Anfang. Da, auf Schlafsack. Horsi? Horsi? Ach, Dalu ist die Tektion. Warte mal, wer ist das? Ich traue mich gar nicht mehr, auf wieder zu schießen. Gehen Sie weg! Das ist mein privates Käferchen. Gehen, Grant! Heide, Gäste! Drenn Kapuze ist tot. Horsi hat mir grad irgendwas reingeschossen. Das wär so gut. Oh Gott, ich wär so sauer gewesen. Heide, Gäste, Gäste! Ja, Gäste. Auf mich und Kapuze wurden die geschmissen. Ja klar. Nein, das ist jetzt erst wieder. Ja, wenn's heide, Gäste kommt, heide, geflogen ist klar. Gäste und ich waren beide oben auf der Treppe. Ja, beide. Gäste. Gäste, Kapuze. Gäste, Kapuze. Gäste, Kapuze. Oh, ich wurde gestunt, ich wurde gestunt, ich wurde gestunt. Darf ich Kapuze? Der ist ja gar nicht tot. Ich hab mich eingesperrt. Ich hab mich auf meinen Penis. Was hast du vorher gesagt? Der hat auf meinen Penis gegriffen, während ich gestunt war. Hab's gesehen. Der hat mich eingesperrt. Wo denn? Oh, Chinesisch. Ich mag Chinesisch. Hm. Geht doch, der hier die Tür aufmacht, wird er schon. Nein, Horchi war's nicht. Horchi hat die falsche Richtung geschaut. Hä? Ich war doch, ich bin Ravuzze hier. Horchi hat die falsche Richtung geschaut. Horchi nicht hier. Du willst ja sagen, wo du bist. Nein. Horchi hat gelügt. Ich bin doch Detective. Ich weiß. Aber dann bist du es die Trailer auch. Oh, hier das Ding ist offen. Kapuze. Oh Gott, ich war in der Harry Potter-Kammer, ey. Ich lebe immer noch, ich lebe immer noch. Hä? Dallor, du hast es gesehen, du hast es gesehen. Ja, und du hättest es sein können. Du bist so blöd. Ich war doch in der anderen Seite. Ja, du kannst das von hier öffnen. Was? Nein. Das war doch eine Molotow. Nein, das war die Tür. Nein, das war die Molotow. Den brennst doch noch. Ach ja. Jetzt nicht mehr. Wenn dauernd noch jemand lebt, das tut dich nur einfach. Ich leb da unten, weil ich war an der Harry-Kammer. Und du spring! Du spring! Ich hab's mal umfassend rausgeflogen. Ich war ganz unten. Ja, wie tatsächlich auch noch. Ah, das war jetzt ein bisschen doof. Und wo ist Julia? Nicht schießen, nicht schießen. Eingesperrt! Ja, bitte. Wo? Sag ich nicht! Ich bin doch als erstes da. Geil! Ich bin unten. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Ich bin der friedlichste Mensch hier. Ich werde immer erschossen. Ich will nie mehr mit euch spielen. Seid so unfair. Dallu, wo bist du? Ah, da bist du. Nein, nein, nein! Ich bin da nicht! Du siehst mich nicht. Bitte, geh weg von mir. Ich will schauen, wo die Julia ist. Das waren Deadringer-Geräusche. Du soll blöd sind. Wieter schießt das gleich auf mich. Wieter schießt das gleich auf mich. Wenn ich aufhört zu reden, das ist Wieter. Ja, da bin ich doch so schön safe da drin. Wieter? Nein, der kann ja jeder dich später holen. Ja, aber ich den dann auch. Der, der Gang ist offen unten. Welcher? Der in der Harry-Kammer? Wieter rennt runter. Ja, geil, der in der Harry-Kammer. Ich bin da drin. Ich geh da rein. Ich geh jetzt auch. Ich bin da drin. Hallo, ich mach nichts. Kapuze hast du jetzt gerade echt schon... Nein, wir haben aber noch nicht. Wieter, Wieter. Schießt du auch noch? Ich hab... Andersrum. Geh andersrum. Was? Nein, ich bin's nicht. Ich schwör, das ist Justin. Wieter und Horki. Ich glaub, das ist Wieter und Horki sind. Das ist Justin. Warum? Wieter schießt, Wieter schießt, Wieter schießt, Wieter schießt. Wieter schießt, Wieter schießt auf mich, Wieter... Und Horki schießt auch auf mich. Ich hab Julian die geheimen Kammer teleportiert. In welche? Julia kann nicht mehr rauskommen. Nein, Dalu, Dalu, Wieter hat auf mich geschossen. Ich hab kein bisschen auf dich geschossen. Leute, Julia ist hier, ey. Da ist sie drin. Wieso? Sie kommt da nicht mehr raus. Warum? Ich hab sie da rein teleportiert. Wieso? Leb wohl, Julia. Was? Du hast genug Essen, das ist die Geessenskammer. Und du? Das war's, du bist raus. Ja, genau. Die Runde ist zu Ende. Horki, wenn du mir nur einmal hinterherläufst. Ich hab übrigens mitbekommen, wer da hinten geschossen hat. Von daher macht doch immer nicht ins Hemd. Ja, und jetzt? Du musst warten, bis ich die Runde gerettet hab. Jetzt ernsthaft? Sag mal was, Horki. Oder Grants. Kapuze, rech mein Tod. Bitte. Ihr lebt noch. Was? Julia, bleib da, du bist sicher. Ich beschütz dich. Wieso hab ich jetzt Schaden genommen? Lass sie nicht von den anderen Gesindeln abschießen. Lass sie in Ruhe! Ich hab eben keine Angst, Julia. Du hast ihn getötet. Julia? Nein! Ihr Mörder! Ihr Mörder! Ihr Mörder! Ihr Mörder! Ihr Mörder! Ich hau ab! Okay, ich hab auch nur noch einen. Der Winter! Der Winter! Ja, Vita! Ja, Vita! Ich schreie es auch noch die ganze Zeit. Und Vita hat gar nicht auf dich geschossen. Ich hab sogar in die Richtung von dem geschossen, der auf dich schießt. Wer hat da noch auf mich geschossen? Ich wusste, dass es nicht mehr der echte Grenz als Horschi war. Also, ja, Horschi. Stimmt, Horschi. Ja, Grenz als Horschi. Ich warte nicht. Ja, ja, klar. So eine Schlange. Weißt du, so eine Schlange. Der Discom-Bubal dort kommt jetzt. Du hast mich damit hier. Ich dachte, okay, kommt am Anfang eine Runde. Mein Partner, Grenz, alles klar. Und dann mittendrin so wie so. Ja, wie die Horschi. Ja, warte mal. Jetzt haut er mit dem Lein ab. Warte mal. Horschi. Julia, komm mal mit. Schau mal. Darf ich Ihnen unser neues Bett vorstellen? Schau, da kann man die Lehne nicht vorstellen. Ja, mei. Der Weinzen. Ja, das ist ja der Weinzen. Der war's nicht? Der Weinzen. Oh, ey! Da hat er mit. Der Weinzen. Erzähl ja noch andere Namen, ey. Gutz hat mich hier reingepackt. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ja, dann bleibt er drin. Das geschieht er recht. Gutz hat mich hier festgeklebt. Das geschieht er recht. Das ist nicht so. Das ist eine neue Traitor-Waffe ist es. Heiliger. Heiliger. Dalu ist es. Detective confirmed. Julia! Was denn? Dalu, Dalu, komm mit, Dalu, komm mit. Was jetzt womit, ey? Julia, komm mit, Julia, komm mit. Ach, dann ziehst du jetzt in Dalu vor. Nee, nee, okay, okay. Dalu ist es kaputt, sie hat auf die Tür geguckt, ey. Was ist ein Blödsinn? Kaputt, sie hat doch hier. Julia, komm mit. Ich bin tot. Julia, Julia, Julia. Was machst du denn? Komm mit. Komm hier denn. Da rein. Tschüss, Dalu. Komm rein da. Ah, mach zu. So ein Geierversteck. Ist so ein Glück, dass ich dich jetzt verschießen will. Bitte nicht. Dalu war Traitor, aber warum? Hä? Dalu ist jedenfalls Traitor, aber wir verstehen gerade nichts mehr. Ich schieß dich doch nur, ich hab heute schon zu vielen Leuten getraut. Dalu wurde rausgesogen, meines Erachtens. War kurz ein Dead Ringer und dann war er wieder lebendig. Und jetzt lebt er wieder? Keine Ahnung. Dalu ist tot? What the fuck? Ja, deswegen. Aber er ist, glaube ich, rausgezogen worden. Aber das ist er nicht mehr. Ich sehe ihn nicht mehr. Wenn Dalu siehst, kannst du dann schießen, aber ich glaube, er ist tot. Da ist Julia. Oh, da ist der Vita. Detective sagt, er ist er wird. Ja, ja. Sag nur meinen Namen laut und deutlich. Da sind die Einten zu werden. Aber der Dalu ist ja irgendwo vielleicht so. Dalu, sag was. Dalu ist tot. Verdammt, hat er gesagt. Ja, das... Ja, das... Ja, da... Dalu ist er tot, dann ist er tot. Das ist so. Das macht er immer. Ich hab ihn aber rausfliegen sehen, glaube ich. Ey? Die Tür ging auf und dann war er weg. Dann ist es der Grant. Er bleibt sich getarnt oder keine Ahnung. War die Tür ging auf und dann war er weg. Oh, ich hab die Geschütze angemacht. Wie das? Weil du Traitor bist. Nein, 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 nein. Das ist kein nur Traitor. Nein, 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 nein. Das kann jeder. Ich hab echt bei einer Tür, hab ich einen roten Kopf gedrückt. Wer schießt da, wer schießt da? Wer ist da? Oh, ich glaub, ich glaub, wer ist da? Bist du, Grant, bist du was? Du bist Kapuze. Nein, du bist es, wenn ich dich sehe, ich knall die hab dich nicht. Okay, ja, ich bin es einfach nicht. Lebt noch, wer lebt noch wer? Lebt noch wer? Okay, dann bist es du. Ja, ich bin es, eindeutig. Natürlich bist du. Was machst du da, Horki? Crayhands. Crayhands. Lebt denn noch, lebt denn gar keiner mehr? Das ist erschrecklich, ich lauf hier alleine rum. Gegen den Grants, gegen den Massenpsycho. Den Mörder. Oh, no, no, no. Kein Problem, ich lebe noch. So. Was ist jetzt? Oh, no. Wo warst du? Wo warst du? Ich bin eben gehüpft. Warum hast du den Detective getötet, Kapuze? Ich hab kein Kind. Wie bist du denn gewesen? Das war die Goldmüche. Ich dachte, Kapuze. Ach, das war ich. Ach so. Ja. Schön gemacht, Julia. Ich dachte, Kapuze hat dich gewonehitted. Ja, wenn er sagt zu mir, ich bin Traitor, ich bin Detective, dann hat die Golde Digga ausgefuckt. Wer war es denn dann? Ja, ich. Julia war. Aber warum hat denn Grants noch mit mir geredet? Hab ich doch gar nicht. Ich hab noch geredet, aber ich bin dann gestorben. Ich meine, Grants, warum hat mich Grants mit mir noch geredet? Hat er doch nicht. Ich war tot. Grants und ich haben nur die ganze Zeit gecheckt. Oder, 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 ne, dann war es Horchi. Ja. Ich war mal Detective. Julia war schöner Kill und du sagst mir, ich vertreiterst, du gehackst sonst zu mir. Jule, die ist mir einfach zu smart. Oh, Grants, Sachbeschädigung. Oh, was ist das? Grants, ich hab geschossen. Ich hab die Golde Digga ausgepackt, Kapuzenwolf, ich hab eine Chance mit mir gestorben. Warum hast du direkt meinen Namen gesagt, äh, als die Tür aufging? Grants. Ja, weil das so klar war, dass Grants ist. Das kann doch kein anderer. Ich bin woanders. Ah. Aha. Hast du gespült, Horchi? Oh, 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 oh. Horchi, hast du gespült? Nein. Okay, Horchi ist es, er hat das Klo beschmutzt. Entschuldigung. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wer soll, der Horchi und... Horchi kannst du töten. Ich mag die nicht mehr Kapuzenwolf. Warum? Ich hab nichts gemacht. Du bist einfach belossen. Getspore. Oh, Grants hat ein Bild von der Wand geballert. Oh. Oh, der kann nicht sehen. Oh, der Grants, Grants tun mir nichts. Grants, bitte tun mir nichts. Grants, bitte tun mir nichts. Raider sind ja natürliche Feinde. Grants, bitte tun mir nichts. Ah, Julia. Was? Oh, oh, oh. Was ist passiert? Grants hat gerade Julia einfach weggefolgt. Nein! Was ist das denn? Oh, Grants! Wieso sagt sie denn nichts? Sowas muss man da ankommen. Die Grants hat den Juli über den Haufen geschossen. Die arme Juli. Was ist das denn? Vita? Wer schießt da? Wer schießt da? Da hat wer geschossen. Du hast geschossen. Nein, 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 ich war unten, ich war unten. Ich würde ja nichts sagen. Dalo, da kaputzer Vita. Beide von euch sind nur noch innen. Der Rest ist mal ein Traitor. Nein, 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 ich war unten. Ich war unten. Ich schwör's, ich war's nicht. Ich war's wirklich nicht. Ich schwör's. Schau, schau mit was er gekillt worden ist. Du hast Vita getötet. Ich hab keinen gekillt. Du hast Juni. Grenz, Dalo und Kapuze. Ich schieß doch gar nicht. Dalo und Kapuze. 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 Ich bin alleine. Hinter dir. Hoshi. Oh, danke. Tschüssi. Komm her da. Der Jäger hat seine Beutel. Wo ist er? Das war das Lamm. Unsichtbar. Das Lamm ist ganz unten. Du Lamm. Nein, nein. Unsichtbar. Nein, du lebst noch, du lebst noch. Dalo, Dalo, wo ist er bloß? Dalo und Kapuze. 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 Es kommt einfach niemand und ich dachte mir, ach, jetzt schaust du mal nach. Und dann warst du tot. Ich hab den Trailergang extra aufgemacht, als du unten warst. Au, ich hab Schaden gekriegt. Hat geklappt. Ich hab keine Ammo schon wieder. Die Ammo, die Runde, glaub ich. Nur acht Schuss. Dann schüttel ich auf Gramps und alle sagen, Kapuze, Kapuze. Ja, ich hab sie wirklich geschworen, ich war sie wirklich nicht. Ich hab sie ja wirklich geschworen im TTT. Ja, dann war ich's, aber ich hab nicht geschossen. Ah, der hat weggeschossen. Das war The Gramps. Nein, 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 das war ich nicht. Das war Julia Eskalation. Julia ist es nicht gewesen. Eskalation. Julia, es war jetzt im Abschluss, hat Vita geschlossen. Oh, Schieb, wer schießt auf mich? Dalu ist doch noch nicht geschossen. Ich schwör, ich schau jetzt nach, welche Waffe das war. Ich hab die. Oh, Dalu ist es nicht. Dalu? Ich glaube, ich habe ihn. Ich geh nicht runter. Moment. Hä? Ja, ich hab Dalu gekillt. Wo ist er? Nee, okay, dann lebt da noch einer. Er ist halt Gramps, okay. Warum schießt du auf mich? Du bist es. Warum? Dann töte Horchi. Okay, dann töt ich Horchi. Wo ist Horchi? Sollen wir Horchi töten? Nein, du bist nicht. Hör auf, nicht zu knallen. Ach, Julia lebt auch noch. Ja, aber ich bin's nicht. Wie du auf mich schießt sofort, ohne nachzufragen? Du bist ein schlechter Polizist. Ich bin da kein Polizist. Das ist egal, du bist ein schlechter Mensch. Ich bin kein Polizist, ey. Ich erschieße jetzt einfach alle, weil ich inno bin und dann haben wir gewonnen. Da ist Julia. Julia, stop it. Was möchtest du denn? Na, auf, geh weg von mir. Wer, wer? Der DDR-Fabrik hat gar nichts. Was suchst du da, Horchi? DNA, was ist gebracht? Leute, es ist Kapuze. Warum soll ich sein? Sicher? Nein. Weg. Kapuze? Geht's weg von mir. Da hat Julia. Ich kann's eigentlich nicht sein, der wurde angeschossen oder nicht. Von mir wurde ich angeschossen. Nee, vom Dalu vorhin. Echt? Nicht, ja, das war's nicht du. Dalu hat mich abgeschossen. Das ist doch Julia. Dann muss ich ja Julia sein. Julia. Dann da die lauter so... Wer schießt denn jetzt hier auf mich? Ziffix. Wir waren alle hier unten. Julia hat gelogen gerade. Habt ihr das gemerkt? Nee, nee, ich bin mal... Dalu hat mich angeschossen. Horchi, der Schlendert hier auch noch so rum, ey. Slenderman, ja, ja. Ja, Horchi, du schließt den ganzen Platz ab. Oh, 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 Grenz. Okay, Grenz kann's nicht sein. Warum? Er hat doch gerade wirklich geschossen. Nein, das war Julia von da oben. Ich hab nicht geschossen. Horchi. Peng, peng, peng. Peng, 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 peng. Schleich dich. Schleich dich weg. Das ist Julia, oh, ja. Weg. Schleich dich weg. Ich werde dich nicht helfen bei der Flugzeit. Ich bleib stehen. Ich hab Angst. Kapuze oder Julia? Was glaubst du denn da, äh, Grenz? Ich glaub eigentlich Kapuze. Warum schon wieder ich, wenn mich Dalu abgeschossen hat? Bei jedem war's Dalu auch mit dir. Bei laut den Aktionen. Bei uns, das ist ja scheißegal. Das ist immer so, dann sind beide wieder direkt Traitor. Das ist ein Programmierfehler leider. Das ist ein Denkfehler von dir. Okay, dafür gibt's die Heilige, ey. Okay, ja, er ist es. Kapuze ist es. Frei zum Abschluss. Wirklich? Du hast mich provoziert. Ich wollte das nicht. Du hast den Meteor hier reingeschmissen. Ich hab gar nichts reingeschmissen. Julia, lebst du noch? Ja. Kapuze ist da hinten. Kapuze darf abgeschossen werden? Ja. Das gibt's doch nicht. Was kann man für ein Glück haben? Oh, sorry Kapuze. Die erste Kugel war nicht für dich. Du hast dich genau vorwinter gestellt. Ich hab's doch nicht als Vorwand genommen, dass du mich abgeschossen hast. Ja, nein, aber ich hab gehofft, die glaubens dir so, dass ich dich angeschossen bin. Ja, ich hab's ja lauter hart nicht geholfen. Aber das ist so, weißt du, ich würde mich das nie trauen wie Grants. Einfach reinhüpfen und schießen. Mit einer Shotgun geht das immer. Gott, ja, auf jeden Fall. Ich wollte doch die ganze Zeit irgendwie zu dir da und dich beleben, aber die ganze Zeit war Horchita besser. Trag mich doch mit dem Magnetus. Das hab ich versucht, aber wie schaut das denn aus, wenn die nehmen Horchita? Ja, dann sag, du versteckst die Leiche. Das machen doch alle immer. Das glaubt mir doch. Keiner von der Grants glaubt mir das nicht. Ich glaub dir alles. Okay, dann weich ich sie mal. Nein. Ich kenn auch keine Diegel. Oh, Detective, wie langweilig. Oh, die Julia ist Detective. Detective ist doch das Beste. Ja, das ist meine Anlauffrage. Herr Detective. Bei der letzte Runde dachte ich, ich ohne Molotov. Ich lass das zusammenbleiben. Mich juckt zum Schritt. Olotov ist erlaubt. Okay. Frau Detective, mich juckt zum Schritt. Würden Sie mal nachschauen? Ich wollte gerne mal drauf schießen, wenn sie... Nein, 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 nein. Oh, da ist er, Stopp! Oh, wer war das? Oh, wer war das? Oh, wer war das? Kapuze war das? Kapuze war das? Vita hat auf mich geschossen. Hab ich auch gesehen. Kapuze. Ich hab's auch gesehen. Was war das? Das war doch von dir. Guck mal, da hinten kommt einer hier vorbei. Schießt auf uns und du sagst, ich war das. Ich hab's auch gesehen. Also, ich hab's gesehen. Schon wieder schießt er. Ich weiß, wer es war. Ich weiß, wer es war. Die Schildkröte hier. Oh, die Schildkröte. Stopp, Schildkröte. Hey! Die Schildkröte wieder, Wolf, ey. Vita. Und ne Schoddy. Ja, gib mich. Danke. Grants, bist du Inno oder Traitor? Ich bin Traitor. Hä, es war ein Dalu-Schuss da in der Scheibe. Will jetzt nicht lügen. Wie, das tut heute voll aus. Vita? Ich glaube, es ist schon wieder. Oh, da schießt, da schießt, da schießt. Waki! 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 Oh, ich gepostet gerade abgenommen. Oh, da ist ein Duell am Laufen. Da guck ich. Horschi! Und Kapuze! Also bisher lief's ganz gut. Bisher, ey. Ihr habt seid aber noch lange nicht durch, meine Freunde. Ah, wir sind schon durch. Zeiglich. Wuhuuu! Nein! Boah, der erste Schuss. Wer war der erste Schuss? Der hat viel mehr Damage gemacht. Nein, der war der. Ich hab gar nicht geschossen. Ich hab gar nicht geschossen. Was? Kapuze als ob? Ey, was soll denn? Einmal hintereinander. Da hat ein Traitor pass Deluxe Edition gekauft. Mit der Rifle einmal im Flugzeug. Aber gut. Sammler in den. Sorry, Peter. Du standst ja so gut. Der Dalu. Oh, Kapuze. Egal, was ich jetzt werde, ey. Deine Leiche liegt als erstes am Boden. Deine Leiche wird hier gleich aufgelassen. Oh, wie schön. Wer sieht voll. War beim Schlecht. Oh, ja, Mann. Stimmt. Hast du einen Eure-Nickel aus der Dalu? Was, ey? Ne, ich glaub, ich bin ein guter Haar. Ist Reif, ist Reif, ist Reif. Ein guter Haar steht für drei. Ich bin in die Texte, was bist du, ey? Ich bin Indo. Das ist dann, Dalu, ich bin nicht bei dir so sicher. Komm her. Jeder, der sich mir auf 20 Meter näher hat, ist erschossen. Okay, Dalu, hallo. Oh, die Julia ist da. Geh da rein, Kapuze. Geh da rein. Geh da rein. Wir in Harry Potter-Kammer. Leben wohl, Kapuze. Nein. Er friert jetzt auf ewig. Oh Gott, ich will nicht. Julia, wenn du Traitor bist, leg mal bitte ne Bombe hier dran. Da kommst du nicht mehr raus, Kapuze. Ja, das weiß ich, aber da kann ich noch nicht. Oh, das wird grad die Julia geklaut. Ah, scheiße, ich kann nicht mal. Ich bin da rein. Ey, Vita, Vita, komm, wir kaufen beide ne Bombe oder so. Ich bin da gefangen. Scheiße, ich seh nicht mal, wer es war. Ich seh nicht mal, wer es war. Pass auf, ich hab einen Poison da. Der ist auch mit sie, oder? Schießkopf. Halt, nein, ich packe jetzt hier so. Geh weg, geh weg, geh weg. Oh, die Tür. Leg auch noch ein C4 dahin. Halt, ihr beide. Ihr seid es. Geht's weg. Leg doch da ein C4 hin. Ich hab doch eins. Hier spricht der Käpt'n. Der Lüftungsschacht oben rechts ist ein Ausgang. Was? Bitte springen Sie dafür zuerst auf das Gebläse, ducken Sie sich und gehen an die Wand. 2 Sekunden kommt. Ich will keine Gruppe machen. Andere Gebläse. Andere. Rechts. Ja. Nicht von da, von dem Regal aus. Von dem Regal aus den Duck Jump. Ich geb dir gleich die Falt. Komm schon. Komm schon Kapuza. Stopp, 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 nicht so hektisch. Oh, genau so war richtig. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Nein! Oh Gott, das stimmt. Da gibt's nen Ausgang und du sagst mir das vorher nicht. Ich komm mir aber nicht raus. Und du lässt mich da vorhin da drin. Ich hab dich doch gerettet. Dalu, wie komm ich denn raus? Und du mir sagen könnt, dass es da nen Ausgang gibt. Das ist echt schwer. Das geht. Du kommst da raus. Ich bin ja auch grad einmal drin gewesen. Aber von der Bläse aus? Ja, ist richtig so. Ich kann dir das eben zeigen. Komm mal mit. Komm mal beeilig, solange wir noch im Preparing sind. Aber total, das war gut mit der Durchsage. Ein Durchsage. Das war... Das war gut. Auf Niveau. Mir keine Piste für meine Deagle, danke. Komm schnell da runter, wenn ich dir das zeigen kann. Wie schnell hast du dir die alle umgehauen grad, Granz? Ja, wieso waren nur zwei und einer war eingesperrt? Ich war schon instant tot warm. Bist du da, Kapuza? Ja, mir... irgendwer hat nen scheiß PC, der Granz. Kapuza, bist du da? Ich komm schon, ja. Warte, warte, ich komm... Wo bist du? Guck einfach nur zu. Musst ja nicht reinkommen. Du musst da drauf erst und dann da rein. Achso. Das ging aber easy. Warte, ich probier's mal auf. Das ist ja auch easy. Kapuza ist wieder eingesperrt für die Runde. Ach nee. Oh lol, ich fahr fast. Machst du das? Hast du das auch mal? Guck mal, guck mal. Wenn du stehen bleibst, er spricht seinen Kopf gegen meinen Popo. Ja, das ist... Komisch auch nicht. Das sind die Bugs, ey. Darfst du das Kapuze? Nee, ich komm nicht. Ich hab ihn grad gesehen kaputzt, aus irgendein Grund. Habe ich ihn rauslassen. Durch den Fußboden durch. Ah, jetzt hab ich's geschafft. Dalu Card. Oh, ich steck hier fest. Ich steck hier fest, ich heiße das. Dalu Card scheint zu sein, wenn er wieder sagt, Ich bin lebe noch, aber Dalu Card noch grad ne ganz komische Aktion. Dalu, läuf mir grad nach. Daluuuu. Ich bin hier komisch. Dalu, gib mir weg. Ich komm hier nimmer weg. Du bist mit ner Granate in der Hand da rein, und ohne Granate wieder raus. Dalu, Greg, gaaay. Komisch im Sinne von witzig oder von... Verdächtig, verdächtig. Nee, komisch von... Greg hat auf mich geschossen. Nee, Horch hat auf mich geschossen. Horch, Jesus. Horch, Jesus. Horch, Jesus. Confirmed. Toll, das war meiner. Ich bin da, ey. Aaaaah. Ich glaub's. Ja, ey. Ach nee, ich bin ja Detective. Dalu ist noch da, und wer ist sonst? Dalu ist es nicht. Kapuze jagt Julia. Ich sag dir, wo sie ist. Okay, okay, ich mach's. Aber sag mir, wo sie ist. Hier unten. Da unten. Geh hier runter. Geh da runter, Kapuze. Ja? Geh da runter. Geh da runter. Oder wir töten dich. Ich bin's nicht. Ihr beide könnt euch duellieren. Da rein, da rein, da rein, da rein. Julia denkt dann, du musst Kapuze abschießen. In den Lüftungsschacht Kapuze. Kapuze? Weitere dich weg. Schnapp sie dir. Oh, da ist sie. Da ist Julia. Geh weg. Hol dir Julia. Hey, Kapuze ist es. Er hat Julia gekillt. Ich wollte noch schießen und dachte mir, ich mach's lieber. Und hab gezögert. Das wär so'n schöner Headshot. Aber lass mich falsch hier, ey. Die eigentlichen Terroristen wart's hier. Wenn du mich gekillt hättest. Ihr habt nen Traitor. Die eigentlichen Terroristen wart ihr habt mich genötigt. Ich wollte eigentlich aufs Flugzeug fliegen. Letzte Runde. Da wollte er das Flugzeug entführen, ey. Genau. Nur scheiße. Nein, nicht das Rifle. Nur Schießer. Aber es ist viel cooler, weil man, ich fiel auf der Traitor. Ja. Ja, ist eh klar, aber es ist viel lustiger. Ja, das stimmt. Sechs ist irgendwie lustiger als zu achtzig. Ich find die großen Runden super, ey. Ja, aber es macht zwischen den dann auch schon mal Spaß. Bei den großen Runden kannst du so geile Sachen machen, die keiner mitbekommt. Hier machst du was und danach bist du aufgeflogen. Lass mich hier durchsitze hier. Ich hab mir den Business Class reserviert. Komm mal mehr. Kapuze. Ich zeig dir was. Nicht erschießen. Ich zeig dir jetzt den Teleport. Oh, hier. Ich bin Magier. Ja. Lass mich doch mal durch. Ja, danke. Unten in der Kamera kann ich euch machen. Ich will keinen Magier sehen. Ich will keinen Magier sehen. Ich will keinen Magier sehen. Wo bist du? Ganz nach unten musst du kommen. Ganz nach unten. So, jetzt gehst du da drunter. Also um das Gitter. Ja. Geh in die Mitte des Raumes. Ja. Stopp. Ein bisschen nach links noch. Noch weiter gerade raus. Ach nö. Und nach links. Och nö. Und stopp. Ach das ist fies. Achtung, gleich teleportierst du dich nach oben. Wir schießen. Nein, ja du erschießt mich jetzt. Du hast geschossen, oder? Ja, weil du mich auf mich jetzt schießt. Du kriegst mich jetzt um. Warte. Oh. Doch. Tada. Ich stecke im Zaun fest. Wow. Hier hast du luft. Hier hast du luft. Hier hast du luft. Ich stecke im Zaun. Warte. Warte. Der Zauber trickert mich. Ganz geklappt. Ja, ich war mittendrinne. Ja, ich war mittendrinne. Stopp. Ich war ein Zauber. Grenz war es. Ich war mittendrinne. Auch kommt es noch scheiße, wenn ich gestunnt bin, mich abzuknallen. Du musst so gewesen sein. Ich war mittendrinne in der Explosion. Warum soll ich das machen? Danke. Wer auch immer mir 9 HP gelassen hat. Grenz ist es. Grenz ist es. Grenz ist es Grenz. Du. Der dieiam ist tot. Millionen nicht sind. Oh wohnt. Das war ihr gras. Bei sich Ciao heißt mich. Ihr wisst die hier rein 기 aumentar und das ist er nicht. Vita? Vita? Vita, bist es du? Oh! Oh Gott, das ist krass! Das ist für eine geile Sache! Das hat gestorben! Geil! Das hat gestorben! Ich hab einfach nur gefragt Vita und der hat sich nicht gemeldet! Ja, der hatte doch eine Bombe! Der hatte eine Bombe unter dich gelegt! Oh, das war's! Bis zum nächsten Mal! Oh Gott, ich hab gewonnen! Ciao!